Geh in's Kopf, wärt auf, wir spielen mit in dem Stück Ariadne auf Naxos. Das Stück geht so, eine Prinzessin ist mit ihrem Bräutigam sitzen gelassen und ihr nächster Verehrer ist vorerst nicht angekommen. Die Bühne stellt eine wüste Insel dar. Wir sind eine muntere Gesellschaft, die sich zufällig auf dieser wüsten Insel befindet. Ihr richtet euch nach mir und sobald sich eine Gelegenheit bittet, treten wir auf und mischen uns in die Handlung. Wie gibt sich dem Tod hin? Ist nicht mehr da, weggemischt, Stürzt sich hinein ins Geheimnis der verwandten Freund. Wird neu geboren, Er steht wohl, das Stück Ariadne auf Naxos. 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 Und wenn ich hineinkomme, wird's schlechter. Ich übernehme diese Stunde nicht. Du wirst noch ganz andere überleben. 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 Viele meinen, dass sie mich kennen, aber ihr Auge ist stuf. Auf dem Theater spiele ich die Kinder. Wer sagt, dass mein Herz dabei spiele? Ich schreie mich unter und bin doch traurig. Geld für gesellig und bin doch so einsam. Süßes, du mehr greifendes Mädchen, du riechtes Mädchen, musst du sagen, dass ich manchmal zu sehen verstünde. Du wirst noch ganz andere überleben. 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 Diesen einen Augenblick. Du wirst noch ganz andere überleben. 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 Vielen Dank.